Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Dormerbomber Spiel Keyboard und bei dem heutigen Lied setze ich sehr viel aufs Spiel. Dieses Lied spielt sich schon öfters nicht mehr, doch trotz Widerspruch in meinem Kopf werde ich es euch jetzt vorspielen, wenn Fehler drin sein sollten. Tut es mir sehr leid, aber ich habe dieses Lied wirklich seit einem Jahr vielleicht, okay, ein Jahr ist übertrieben, ich habe erst dieses Jahr gesagt gegeben, ähm, ach, auf jeden Fall schon lange nicht mehr gespielt. Oh, mein Kiebel ist ganz gut. Ich habe dieses Lied schon lange nicht mehr gespielt und werde es jetzt für euch zum ersten Mal wieder aus meiner Kramschublade rauspacken. Also viel Spaß. Da war schon der erste Lieder, äh... Das ist jetzt mies. Da habe ich einen Fehler jetzt gebaut. Entschuldige mich FIFA jetzt dafür. Nehmen wir das einfach mal als Fail-Anfang, für den allerersten Fail-Anfang, muss ich sagen. Und jetzt, beim zweiten Versuch, hoffe ich mal, dass es klappt. Bitte. Und jetzt, beim zweiten Versuch. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Oder gebt mir einen Daumen runter. Geht auch. Ich bin ein bisschen durch ein Holzchen, weil das ist jetzt schon mein fünftes, sechstes Lied. Also ich am gleichen Abend drehe, damit ich euch so viele Videos, wie es auf einmal geht, hinterher schieben kann. Wahrscheinlich werden sie aber zu anderen Tagsleinnehmer kommen. Ähm, okay. Wenn euch das gefallen hat, wie schon gesagt, Daumen hoch. Ihr wisst, was ich sage. Also, ciao. Das war's mal wieder mit Daumen und Bomben. Bis zum nächsten Mal. Adios. Das war's mal wieder. Tschüss.